Hallo zusammen, willkommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. Halleluja. Ich danke meinem Herrn Joshua Maschia für diese Zeit und ich möchte alle ermutigen, das Wort Joshua Maschia weiter zu verkündigen. Halleluja. So, ich möchte, ich beginne also eine kurze Serie von falscher Lehre. Ich möchte gerne, dass die Gemeinde Joshua Maschia in Deutschland von dieser Wahrheit erfährt. Das habt ihr bestimmt schon irgendwo gehört. Aber, wie ich das also immer hier sage, in der Stunde der Wahrheit geht es um die Wahrheit aus der Bibel, das Wort des Herrn. Wenn wir zurück zum Wort sagen, wir sagen, das bedeutet einfach, zurück zu Joshua Maschia, Jesus Christus, unser Herr und unser Elohim. Halleluja. Also, wir beginnen also diese Serie von falscher Lehre mit dem Thema, die Kindertaufe. Also, was sagt die Bibel überhaupt über die Kindertaufe? Ist es also normal, dass man Kinder taufen lässt? Ist es biblisch? Ist es also, was der Herr, was unser Herr überhaupt verlangt? Warum bringe ich also solche Themen? Warum müssen die Leute überhaupt also von dieser Wahrheit erfahren? Es ist einfach, damit die Menschen ihre Hoffnung nicht auf falsche Sachen oder falsche Lehre geben. Also, unser Herr Joshua Maschia, Jesus Christus, ist unser Retter. Aber es gibt also Lehre, die da kommen, falsche Lehre, die kommen und geben die Leute eine falsche Hoffnung. Und eine von diesen falschen Hoffnungen ist also die Kindertaufe. Also, auf unserer Internetseite, zurückzumwort.org, wenn Sie auf Artikel gehen, also gibt es schon eine Lehre, eine ausführliche Lehre über die Taufe. Was ist die Taufe? Was bedeutet also Taufe? Und so weiter. Vom alten Bund bis zum neuen Bund. Aber heute möchte ich nur über die Kindertaufe kurz belehren. Halleluja. So. Dürfen überhaupt also die Kinder getauft werden, also Babys und so? Ich sehe zum Beispiel, also wenn, ich sehe ab und zu mal, also Leute, die kriegen also ein Kind und nach ein paar Tagen, Wochen, keine Ahnung, bringen sie, oder weiß ich nicht, wie viele Jahre, bringen sie also das Kind in die Kirche und dann wird das Kind also getauft. Also, zuerst, was bedeutet also Taufe? Die Taufe ist einfach, Taufe kommt also aus diesem griechischen Wortbegriff, also Baptiso. Und Baptiso bedeutet Eintauchen. Baptiso bedeutet, wie sagt man das, Eintauchen direkt ins Wasser. Also Eintauchen ins Wasser. Also nicht, was wir mit, was die Leute da machen, also nehmen, also ein bisschen Wasser, legen das also auf den Kopf oder ein paar Tröpfchen, also auf dem Stirn. Das ist nicht, das ist nicht die Taufe. Die Taufe bedeutet Baptiso auf Griechisch und Griechisch, Baptiso heißt Eintauchen. Halleluja. Also, die Bibel, die Bibel spricht also von drei verschiedenen Arten, also von Taufe. Wir können das also schnell in Matthäus Kapitel, ah, ich nehme ein Verheilbefelder Version, also gehen wir in unsere Bibel, in Matthäus Kapitel 3, Matthäus Kapitel 3 Vers 11, also hier steht, macht es größer, 3 Vers 11, also da kamen Leute so zum Johannes der Täufer und dann haben sie gefragt gestellt und 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 und. Und jetzt, da gab er also ein paar, also eine Antwort, der sagte, Vers 11, Ich zwar taufe euch mit Wasser zu Buße, also das heißt, es gibt also eine Taufe mit Wasser, also eingetaucht in Wasser. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandale zu tragen, ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist, Zweite, und Feuer taufen, Drittes. Also, das heißt, es gibt also die Taufe mit Wasser, Taufe im Heiligen Geist und im Feuer. Halleluja. Und jetzt haben wir also direkt also die drei Arten von Taufe in der Bibel da drin. Und jetzt, die Taufe. Wann wird man überhaupt getauft? Weil wenn also ein Baby, ein Baby auf die Welt kommt und lässt sich also taufen, das, das tut gut also an die Eltern. Die Eltern können sich also freuen, also dass unser Kind getauft ist, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Es macht gar nichts. Lesen wir mal also, gehen wir also in die Bibel, wann die Menschen, wie die Menschen überhaupt getauft wurden. Was ist überhaupt entscheidend, also wenn, damit die Menschen getauft werden. Nehmen wir also das Beispiel von Apostelgeschichte Kapitel 2. In Apostelgeschichte Kapitel 2 sieht man, so, Kapitel 2 gibt es also eine Predigt, also von Petrus. Petrus hat also eine lange Predigt gemacht und erzählt, also wie Jesus gekommen ist und 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 und, wie er gestorben ist und die Leute haben gehört und er sagte, er ist gestorben, er ist also für unsere Sünde gestorben. Und die Leute haben ihn gegrüßt und, und 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 und, ich will nicht ins Detail gehen. Aber die Bibel sagt, also die haben diese Predigt gehört und dann passierte etwas. Ich muss also, ich suche mal, ah ja genau, Entstehung der Gemeinde, genau, Vers 37, also Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 37. Und da steht, als sie aber das hörten, also diese Predigt, also von Petrus, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln. Was sollen wir tun, ihr Brüder, also die haben dieses Predigt gehört und, und dann waren sie so berührt, also von, von, von den Predigt und, und wussten und stellten also Petrus die Frage, was sollen wir tun? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jede von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Also, entscheiden, die haben erstmal das Wort gehört. Die haben das Wort gehört, die wurden berührt, also von dem Wort, also von dieser Predigt, also von, ähm, von Petrus. Und nachdem sie berührt wurden, nachdem sie berührt wurden, haben sie diese Sünden, die wurden von den Sünden überführt. Die haben erkannt, boah, wir sind Sünder, wir haben so schlecht gehandelt und was soll, dann haben sie die Frage gestellt, was sollen wir denn tun? Und Petrus sagte, tut Buße und jede von euch, also soll sich taufen lassen auf den Namen, also auf den Namen Jesu Christi, also Joshua Maschia. Und Vers 39, also, äh, ne, immer noch Vers 38, ich lese weiter. Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jede von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung und eure Kinder und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Vers 41, die nun sein Wort aufnahmen. Liebe Geschwister, sehr, sehr wichtig, Vers 41, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Halleluja. Und es wurden an jenem, an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan, hinzugefügt. Halleluja. Also man sieht hier, nachdem sie diese Predigt von Petrus gehört hatten, die wollten die Rettung, die wollten gerettet werden. Und Petrus sagte, lasst euch also taufen. Das bedeutet, damit man getauft wird, muss man selber erkennen, dass man in der Sünde ist, dass man gerettet, dass man also die Rettung will. Und die Bibel sagt also, die, die sein Wort aufgenommen haben, wurden getauft. Also das heißt, dass man muss, man soll erstmal das Wort des Herrn annehmen und so wird man getauft. Halleluja. Halleluja. Also ein Kind, ein Baby kommt also auf diese Welt, hat keine Ahnung, weiß gar nichts, weiß überhaupt nicht also von dieser Welt. Und die Eltern entscheiden also für dieses Kind, dass das Kind getauft wird. Und irgendwann also wächst dieses Kind, also lebt wie es will und tut, was es will und, 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 und. Und hat nicht mal das Wort des Herrn angenommen und bekennt sich also als Christ. Das ist eine Lüge, falsche Hoffnung, totale falsche Hoffnung. Jeder soll sich also für die Taufe entscheiden. Jeder soll sich also für Joshua, Maschia entscheiden. Jeder soll sich also, jeder muss erstmal das Wort hören und dann die Entscheidung selber treffen. Halleluja. Halleluja. Es gibt also noch, noch, noch andere Beispiele, wie zum Beispiel also der, ähm, also immer noch in Apostelgeschichte, äh, in Apostelgeschichte Kapitel 16, kommen wir mal so schnell in Apostelgeschichte Kapitel 16, und dort gibt es also die Geschichte von, ähm, ähm, also Timotheus, also in Vers, ich glaube es ist Vers 30, ähm, Vers 30, Vers 30, Vers 30, Halleluja, ich suche das auch mit euch, Bekehrung des Kerkermeisters, genau, genau. Also, da war, ich lese erstmal Vers 25, um Mitte nach, aber beteten Paulus und Silas und glaubten, genau, Paulus und Silas und lobsamen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Blödlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Also, äh, ich mach das kurz, ich will also, ähm, diese, diese Lehre kurz, kurz halten. Also, die haben, der, 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 dieser Kerkermeister hatte, die hatten, äh, Paulus und Silas ins Gefängnis, ähm, gelegt, und die haben dort also gesungen und, 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 also Lobpreislieder gesungen und, 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 und. Und dann gab es also ein Erdbeben, also die, 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 die Türen von, ähm, von, von Gefängnis wurden geöffnet und so weiter. Und er hatte auch, äh, von, von, von dem Wort gehört und die Bibel sagt, und er führte sie heraus und sprach, ihr, 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 ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Also, dieser Kerkermeister wurde, wollte auch gerettet werden und er hat wieder diese Frage gestellt, was muss ich tun? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn, Jesus, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm, samt allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie, also in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab. Und er ließ sich taufen und alle, die seinen zugleich. Also die ganze Familie, er, dieser Kerkermeister und seine ganze Familie wurden getauft, weil sie an dem, weil sie, weil sie daran geglaubt hatten. Die hatten an dem Wort geglaubt. Und so wurden sie alle getauft. Halleluja. Halleluja. Also, er hat selber auch die Frage gestellt, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Das heißt also, es muss erstmal diese, diese, diese Lust, diese, wie sagt man das, also diese, dieses Gefühl, jeder soll also erstmal das Gefühl haben, diese Lust haben, ja, ich will gerettet werden. Aber ein Baby, ein Kind, die Kindertaufe ist also eine totale Lüge. Es bringt überhaupt nicht Kinder zu taufen, also Babys zu taufen, was bringt das? Das ist, das ist falsch. Die werden also sagen, ja, Jesus, also nach, Jesus wurde also nach acht Tagen, wurde er also zum Tempel gebracht und er wurde also an dem Herrn gezeigt und so weiter. Das, aber das ist, das ist das alte Bund. Alte Bund, Tempel gibt es also nicht, diese Tempel in Jerusalem, also gibt es nicht mehr. Das ist also das alte Bund, das spielt also keine Rolle. Wir sind also im Neubund, im Neubund, Taufe, die Taufe ist nur, wenn man sich dafür entscheidet. Halleluja, nur wenn man sich also dafür entscheidet. Und deswegen also hat also Petrus, Petrus auch genau die Erklärung gesagt, also gegeben, also was das wirklich ist. Also in 1. Petrus, Halleluja, 1. Petrus, also Kapitel 3, ganz am Ende, glaube ich, also ganz am Ende, 1. Petrus Kapitel 3, ganz am Ende, er gibt also die Erklärung von der Taufe. Er sagt also, Vers 21, das Abbild davon, er rettet jetzt auch euch, das ist die Taufe. Nicht ein Ablegen der Unheilheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Ich wiederhole, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Halleluja, Halleluja. Das heißt, jeder soll, also, diese Taufe ist also einfach, wie sagt man das, ist also eine Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Weil Taufe, eintauchen und wieder raus, bedeutet einfach, sterben mit Jesus und Auferstehung, Auferstehung also mit Joshua, Maschia. Halleluja, Halleluja, also, es bringt überhaupt nicht, Leute zu taufen, die sich nicht mal entscheidet haben, bringt gar nichts. Also, wir sollen einfach aufhören, solche Dinge zu tun. Es bringt also falsche Hoffnung. Die Leute, die wachsen, wachsen, werden, also, keine Ahnung, so groß und wenn man sich auf der Straße trifft, man sagt, ah, wer ist schon hier getauft? Ja, so alle heben ihre Hände, ah, ich bin getauft, ich bin getauft. Und, na und, was bringt das? Das wird ihr nicht retten. Ja, ich, wann wurdest du getauft? Ah, ich wurde, ich wurde als Kind getauft, also, ja, meine Eltern, ja, aber das bringt nicht. Glaubst du an Jesus Christus? Ja, ja, bin ich nicht ganz sicher. Ja, 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 genau. Der Retter ist Joshua, Maschia. Jesus Christus ist unser Retter. Nicht, weil wir als Baby getauft wurden. Das ist falsch. Wenn wir als Erwachsene getauft werden, das bedeutet, dass wir uns also selber entschieden haben, dass wir diese Gewissen, diese Entscheidung getroffen haben, dass wir sein Wort angenommen haben und so gilt unsere Taufe. Ich danke meinem Herrn Joshua Maschia für diese kurze Lehre. Also, Taufe, es gibt drei verschiedene Arten von Taufe. Taufe ins Wasser, Taufe durch den Heiligen Geist, Taufe im Heiligen Geist und Taufe im Feuer. Und wenn der Herr es will, werden wir diese verschiedenen Taufe mal erklären. Aber Sie können schon auf unserer Seite, zurück zum Wort, auf Artikel, gibt es schon eine Lehre über die Taufe. Ich danke meinem Herrn Joshua Maschia und ich grüße euch alle wieder im Namen des Herrn Joshua Maschia. Danke. Amen.